hallo und herzlich willkommen zu let's play battlefield 4 habe ich eigentlich einen aufnahmefehler begangen moment die wir zusammen die muss eine das ist ein ja dürfte gehen ja passt schon so jetzt bin ich da so weiter geht's hier ist unser stockwerk alles sicher rauf da kommen sie reingelangt oder auch nicht da funkelt ihr seid spät dran es dauert als ich durch den suchtrupp zu schießen der das gebäude durchkämmt warum habe ich wohl den raum gewechselt wenn du rumlaufen kannst wofür brauchst du uns dann kaufik über den gang kommt man leichter als über die straße rein die die straße überall ist das militär das ist ja großartig wer sind die vip sehr wichtige leute eine wichtige frau und ihr mann wir holen sie an einem stück raus mehr müsst ihr nicht wissen ich bin hannah das ist mein mann danke fürs kommen entschuldigung sr verzeihung mann verstehen sie mich geht es ihnen gut können sie gehen mein mann ist verletzt er braucht ruhe negativ keine zeit zum ausruhen ich habe helis auf dem dach gesehen wir müssen jetzt los dann gehen wir rauf ob sie gefällt oder nicht ich fliegt das ding das ist der plan oder hast du einen anderen vorschlag sachen ach klauen wir jetzt helis sind sie fertig mein mann muss versorgt werden all diese gewalt wo führt das hin sachen das ist nicht was ich danke fürs kommen sachen ich bin sehr dankbar für die hilfe los geht's jetzt kommt kommt lasst ihn doch mal ausreden was bist du für einer ich plass dir ist hier hinweg so kommst du lauf oh nice knopp drücken nein helis sichern helis sichern helis sichern helis sichern das ist eine lampe vorsicht drücken die 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 Okay. Haben wir hier eine Sniper? Ich glaube nicht. Die Farmers. Die will ich auch mal ausprobieren. Äh, ist das die Farmers? Das ist doch nicht die. Doch, das ist die Farmers. Oh, na gut. So, Tee. Aus mit dem Flashlight. Verdammt. So, los geht die Pampe. Ich gehe doch lieber auf das Visier. Das kriege ich doch ein bisschen besser hin. So, wenn er nicht so will wie ich, dann will ich so wie er. Jawohl. Da haben wir einen. Granate. Sehr ungenau, die Farmers. Oh, auch nur am Granaten werfen. Ah, da kommen wir so gut. So, nachgeladen. Waffenwechsel. Mann. Idiot. Jungs, das war knapp Das war noch einer Eieieiei, den hab ich ja gar nicht hier Hedi, 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 hedi Halt, erstmal nochmal die Waffen zusammensuchen Irgendwie hab ich hier grad scheiße So, da machen wir mal die Arkaden Und dann nehmen wir mal Ähm Nimm mal hier die Vollidiot Machen wir mal die MK und da kommt die AK hin So Nein Hier, Granate Wow Ha, geil Hoffentlich haben die hier keine Scharfschütze und sind mir den geliefert Stirb doch Brauchen wir mal immer einen Schuss Zack, zack, zack Immer einen Schuss Oder zwei Find ich geil, wie der eine hier ist Hier geflogen ist, das war Hammer Hab ich gefeiert Sichere den Hubschrauber, der ist doch schon weg Oh, haben wir noch einen Oh, haben wir noch einen Da oben Au Sack Das sind die ganzen Klimatransistoren hier oben Hier, kommt Ah, heiß Oh, oh Ja, natürlich Ja, natürlich Der Fahrstuhl ist sofort da Wie in der Realität Fahrstuhlmusik Yeah Pfui, nein Ach geil, die sind sogar nass hier an den Füßen Ein bisschen Humor hier muss auch sein Auf geht's, Räcker Der Upload 30 Minuten ist zum Schiff Ah Das ist das, was ich glaube Genau meine Kragenweite Fortress hier, Tombstone 4 Letzte Meldung wiederholen Wiederhole Können aktuelle Positionen nicht halten Wir haben 30 Minuten für die Rückkehr zum Schiff Fortress over Hubschrauber über den Platz Schnellstens ist die Hauptstraße Richtung Osten Tch Es wird sich endlich verziehen Wir müssen da rüber Wie mehr ist müssen wir mit ein bisschen Sniper Action Obwohl den Hubschrauber kriegen ist recht schwer Wir haben ja nicht mal ne Sniper Ne Schniper Okay, das war ne ganz total scheißige Idee Oh fuck Aaaaahhhh 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 Aaaaahhh Man, die mit ihren Scheißgranaten, ey Das kackt so ab Das kackt so ab Oh, durch den Busch, geil Äh So, als wenn man in den Wasser guckt, hingekriegt So, Einzelschuss So. Sniper-Action. Und das pisst ohne Ende, ey. Aber gefällt mir bis jetzt richtig gut. Also, Hammer. Macht Spaß. Ganz doll Spaß macht's. So. Dann machen wir mal hier einen Folgenschnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was zu gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann, was siehst du jetzt. Und wir sehen uns dann, was siehst du hier in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann, was die Hand andלהbred. Und wir sehen uns dann. Und wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020